hallo liebe freunde jetzt willkommen zurück zu einer neuen folge citybusmanager hier bei heisenberg zockt so wir stehen vor einer schweren entscheidung dahingehend ja wir werden wahrscheinlich noch mal kredit aufnehmen müssen das habt ihr auch in die kommentare geschrieben ich würde mal sagen wir gehen erst mal mit den ticketpreisen wieder runter weil das kommt gar nicht gut an nehmen kredit auf und kaufen uns busse aber die fehlen uns sonst ist ganz einfach wie spät haben wir es 9 uhr da sind schon diverse unterwegs wir haben hier zwar noch keine meldung dass was fehlt aber da wird gleich was kommen das eben busse tatsächlich fehlen ich möchte mal ganz schnell gucken bei den linien also hier sind wir doch bei 50.000 gewinnen hier bei 15 das ist okay aber eben ausgefallen ausgefallen das kostet uns nicht nur geld das erzürnt auch die leute und das zurecht deswegen gehen wir mal zu den krediten ja immer 140.000 auf damit können wir arbeiten ich weiß das ist natürlich ein riesiges risiko aber wir machen das aber anders geht es nicht so wir bleiben auf langsam gehen wir schon hier gucken das ist ja noch nicht freigeschaltet jetzt müssten auch theoretisch die forscher endlich mal wieder ein bisschen arbeiten können geld haben jetzt brauchen wir beim fuhrpark ja wir brauchen halt solobusse tatsächlich große neuer bus solobus 40.000 wären 80 wir kaufen mal zwei von denen kaufen laden es ist ein gefährliches spiel was wir hier machen heißes linien bus aber ich behaupte es geht nicht anders und wir kaufen mal den ein hier den lassen wir mal fahren dann können wir hier auch wieder auf tempo gehen aha frech hier zu heise 1 obwohl er nicht heise 1 ist was dat denn hier bin ich der busfahrer wie cool ist das das habe ich ja noch gar nicht gesehen ja man sollte sich etwas auch ein bisschen genauer ansehen so jetzt müsste es hier wieder runter gehen mit da beschweren sie sich immer über die ticketpreise wir sind runter gegangen so jetzt können wir zuweisen machen wir da kommen weitere schichten da fehlen busse ja dann werden wir noch mal zuschlagen 105.000 wir kaufen jetzt haben wir noch mal gebrauchten kaufen ist natürlich schon hier wesentlich günstiger wir kaufen gebrauchten der wird für die schicht dann wahrscheinlich nicht funktionieren aber wir kaufen den so es ist halt günstiger also gehen wir runter mit dem tempo kollege wir kaufen den jetzt habe ich sogar vergessen ein ernstes dass wir irgendwie den noch runter handeln könnten haben wir hier auch noch was ja die bremsbeläge und die keilriemen ok bitte schnell reparieren den kollegen da wäre ich froh kein busfahrer ja wir haben aber auch keine busse mitarbeiter einstellen busfahrer freundlichkeit qualifikation dann sind wir bei den spinden ja jetzt müssen wir doch hier hinten halt was machen ich bleibe mal mit dem tempo wo wir sind oder wir bauen hier halt den flur aus aber das ist ja auch keine idee oder eine halle ich habe gesagt warum ich das hier nicht so ideal finde weil die leute in riesen weg haben aber ist was wir testen es mal wir bauen hier mal eine halle hin ich bin nicht allzu groß sondern sagen wir mal so da kriegen wir ein paar spinte rein wir brauchen eine tür ein fenster kann auch nicht schaden das mal hier und dann brauchen wir spinte drehen wir noch mal zack okay da haben wir wieder welche der stinkt und müffelt der achso nicht abbrechen reinige den zuweisen kein bus verfügbar ich stelle doch noch mal mitarbeiter ein mitarbeiter busfahrer quali und freundlichkeit wäre hier halbwegs ok machen wir mal haben wir zwei und jetzt aber den hier reinigen ach das machen sie trotzdem gut da bin ich froh also lassen wir laufen 78.000 wir bräuchten wir bräuchten noch mal wir brauchen massiv viele busse tatsächlich vielleicht auch noch mal klein bussen bisschen günstigeren mit sagen wir 55 fahrgästen ok kaufen lokal aber das mal der letzte new ramses ist sogar das beste was wir haben an preis leistung stand mal in den kommentaren so den haben wir auch zugewiesen 12 45 wir haben noch eine stunde zeit wir brauchen weitere busse ok wir kaufen noch mal ein wir kommen nicht dran vorbei neuen bus kaufen klein bus machen doch glatt noch mal ein new ramses wäre er hier kaufen lokale vorlage machen wir das hier genau beach resort einmal zuweisen und passt während der hier repariert wird den können wir dann auch nehmen jetzt müssen doch dann eigentlich die ein busse auch wieder zurückkommen weil sonst müssen wir noch mal einen kredit aufnehmen und das wird dann tatsächlich relativ teuer langsam einsatz bereit sehr gut da könnten noch mal ein paar zurückkommen wir haben ja dann doch noch ein paar schichten die offen sind weil wir halt bei den linien tatsächlich so viele fahrzeuge brauchen aber wir haben gesehen wir verdienen da natürlich auch geld also das ist natürlich auch war hier 58.000 ein bisschen verspätung haben immer noch das durch klar verspätung das ist allein schon wenn hier linien ausfallen durch käse jetzt haben wir hier 13 uhr da müsste bald wieder ein fahrzeug kommt da kommt auch eins aber der muss natürlich jetzt wieder noch dahin fahren ja da muss der busfahrer also eine verspätung haben wir sowieso die verspätung haben alleine weil die busse aber zu wenig busse haben kaufe ich noch mal ein kein bus verfügbar jetzt ist er verfügbar mach mal oder war der schon zugewiesen nee jetzt haben wir ihn zugewiesen okay für linie 2 da kommt noch mal einer zuweisen vielleicht reicht ja doch noch ein fahrzeug was haben wir hier 13 15 das wird schon wieder knapp wir kaufen uns noch mal ein new ramses neuen bus kaufen new ramses also lieber dass so ein paar leute wir nehmen den mal dass wir ein paar leute sozusagen nicht mitnehmen können als das ganze dingens ausfallen also das kann nicht sein das ganze fahrten ausfallen halt nicht ihr maximaltempo zuweisen einmal er einmal er einmal er dann haben wir noch drei schichten 13 45 das haben wir dann aber eh schon wieder bald ja so langsam kriegen wir es gewuppt hoffe ich und sonst müssen wir tatsächlich noch mal einen kredit aufnehmen es geht einfach nicht ohne so noch zwei vielleicht kommt da noch mal einer rein jawohl der hier haben wir noch eine schicht und zwar um 14 05 müsste zu schaffen sein falls hier noch mal ein fahrzeug käme eins bräuchten wir noch oder kann ich noch zuweisen nein da fehlt ein bus 13 26 kommt da einer jawohl da kommt einer den können wir nehmen dann haben wir das zumindest mal gewuppt dass keine fahrten ausfall keine fahrten ausfallen sollten rein theoretisch das haben wir schon mal gehabt postfach viel zu tun gibt für busfahrer okay müssen wir halt auch noch mal zuschlagen guck mal jetzt steht hier einer der hat keine schicht mehr okay wir müssen hier jetzt eigentlich relativ gut unterwegs sein jetzt würde ich mal noch mal busfahrer einstellen weiteren freundlichkeit und qualifikation bürofläche fällt glaube ich okay das werden natürlich auch gleich schuster hier hinten das haben wir müssen wir irgendwas machen nein das ist okay das ist auch okay er ist auch okay hat keine schicht mehr dann müsste man doch eigentlich bald schon eine neue linie machen können aber irgendwie ja morgens haben wir irgendwie relativ viel zu tun das ist auch in ordnung ich gehe mal auf tempo und dann lassen wir das mal so laufen müssen wir sonst noch was man ich will mal bei der forschung gerne noch was machen noch mal hier da können wir die forschung starten klimaanlage okay auch nicht unwichtig logischerweise mach mal zack und der schichtplan aber davon sind wir im moment noch weit entfernt die beschweren sich immer noch über die ticket preise ist es denn war kauft wochenticket ok 0 minuten das ist schon mal ok das passt aber sonst immer was jetzt wird wieder geforscht ja wohl klo ist denke ich auch noch in ordnung habe ich eine durchsichtige tür gemacht im ernst jetzt naja solange sich keiner beschwert ist ja nicht so schlimm aber irgendjemanden den wir in irgendeiner form schicht zu weisen hier das ist ein grosser bus ja ich würde den jetzt nicht putzen wenn hier wieder schicht zu weisen kommt dann soll die beschweren sich alle politiker preise ist es denn wahr wir sind da eigentlich runter gegangen hier bin ich glaube ich nicht runter tagesticket 690 soll jetzt aber hoffe gefällt euch würde mein wochenticket nicht verlängern über den preisen ok jetzt sind wir eins runter gegangen ist es wahr die beschweren sich immer noch wie sieht hier aus 4,4400 das geht ein bisschen rauf ja wir müssen sie einfach laufen lassen ich sage es immer wieder die beschweren sich alle über die ticket preise jetzt sind wir noch runter gegangen mit dem ticket preis hatte ich das noch nicht rum gesprochen ich glaube hier könnten noch ein paar sessel gebrauchen wobei die laufen dann von der gegend rum wenn sessel frei sind also dass dafür sind wir nicht verantwortlich 12.000 fahrgäste befördern dauert ein momentchen und das liniennetz vergrössern ja da brauchen wir halt schon wieder busse busse die wir in dem sinne nicht haben der beschwert ich auch schon wieder hier und ihr die details haben wir noch nicht freigeschaltet beschwert euch nicht kaufen ticket fahrt und generiert geld dann können wir nämlich mit den bussen tatsächlich auch was machen das ist klar ihr müsst fahren leute damit das hier funktioniert die beschweren sich alle über die ticket preise wenn ich hier noch mal runter gehe also das ist da irgendwann kurzstrecke wochenticket wir gehen hier mal noch eins runter ja mal gucken vielleicht geben sie dann irgendwann ruhe ne ne da beschweren sie sich schon wieder hallo bus ja die können wir alle so laufen lassen da müssen wir nichts machen jetzt werde ich den doch mal noch schnell reinigen weil da sollten wir tatsächlich pingelig sein und wir haben ja die zeit das sehen wir auch da geht gleich einer rauf und arbeitet auf tempo sind wir haben 20.000 jetzt aber doch drei vier busse gekauft klar wir haben natürlich jetzt die kredite am hals das ist ganz logisch forschung die klimaanlage wurde erforscht können wir uns das leisten dass wir hier 10.000 für alle busse ja ich würde es schon fast machen es ist relativ wichtig auch wenn ich gesagt habe müssen jetzt warten dass wir wieder mal ein bisschen geld verdienen ne wisst ihr was wir warten noch mit der klimaanlage wir haben eh grad winter im spiel hoffe ich ich weiß es nicht so 20.000 naja naja ok ok ja lassen wir so laufen büroraum hieße sollen wir noch bauen kostet natürlich auch wieder geld weil wir noch weitere mitarbeiter einstellen wollen wir können ja mal schnell gucken irgendjemand sehr gestresst stres 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 freundlichkeit ist aber überall ok mechaniker genau kein stress die busfahrer ein bisschen stress man sieht jetzt aber auch die freundlichkeit tatsächlich im keller zeigen wir rauf weil die busfahrer die müssen freundlich sein alles andere ist käse ich habe mal geschrieben besser entlassen ja bin ich mir nicht sicher oder der ist ja guck mal das ist ja ein völliger stinkdingens äh den schmeiß ich tatsächlich raus stellen wir aber gleich wieder ein ein busfahrer ihn hier gut ja büro müssen wir machen äh busfahrer nochmal schnell checken und zwar einfach die freundlichkeit press stress stress der ist nicht freundlich jetzt ist er freundlich gut wir stellen nochmal ein busfahrer ein achso ne stellen wir nicht wir müssen die bürofläche vergrössern dann machen wir das mal ich gehe hier mal mit dem tempo ein bisschen runter büro ja ich würde sagen hier einfach rauf ziehen irgendwie mal so zack passt sehr gut vielleicht hier nochmal eine tür fenster haben wir ja getränkautomat haben wir auch drucker brauchen wir in dem sie nicht das kann man machen wenn man zu viel geld hat wo war es denn jetzt äh was wollte ich denn machen eine tür zack einmal tür und dann brauchen wir nochmal ein zwei sitze würde ich sagen vielleicht sogar hier in den rücken einmal drehen ja so den rest lassen was geht ja um die fläche gut was wollte ich denn genau ne den busfahrer habe ich ja eingestellt ah vier sterne gefällt mir ne zeitsprung können wir nicht machen aber ich sollte sowieso noch schnell die busse prüfen ja mach mal hier den noch den lassen wir hier müssen wir dringend reinigen da sind wir schon dran das ist okay ist okay ist okay ja hier auch mal noch der ist okay da putzen wir schnell einmal durch hier auch bei ihm hier putzen wir auch nochmal schnell durch und tanken sogar noch so gehen wir da auf tempo 18.000 die busse sind alles soweit in ordnung also ich denke man sieht eben schon dass wenn man nicht gebrauchte busse kauft dass ja die ein bisschen länger halten oder fehlt ein stellplatz kannst du haben äh stellplatz gross passt noch hier hin sehr gut die bauen wir jetzt auch noch nach und nach weil das kostet alles geld und wir müssen ein bisschen aufpassen heisekarko ist einfach das beste reiseunternehmen ok busreiseunternehmen ja dann geht es langsam in eine vernünftige richtung jetzt fehlt dem hier auch tatsächlich noch äh dingens ein platz machen wir hier mal zwei machen hier busstellplatz gross ich möchte dann aber eigentlich hier mit der straße mal noch in die richtung da müssen wir dann auch noch gucken so jetzt müssen wir aber stellplätze haben jawoll wird hier schön gemacht wir schauen nochmal schnell beim fuhrpark ok ok weil wie gesagt tanken müssen wir beim besten willen nicht irgendwie jeden abend nehme ich an ja die sind alle in ordnung ok und hier ist sowieso das tanken noch in arbeit ja zeitsprung geht natürlich nicht auf tempo sind oder 15.000 dem fehlt auch ein stellplatz ok dann würde ich jetzt aber tatsächlich erstmal mit der straße hier in die richtung und hier wieder rauf dann kriege ich hier wahrscheinlich keinen stellplatz mehr rein ne geht genau nicht hier würde gehen und hier würde gehen machen wir hier nochmal ein aber nicht in die richtung gucken sondern die dankeschön hier könnte man noch ein paar blümchen machen dann hätten wir eine dekorationsdinge aber wenn wir halt kein geld haben ist irgendwie das so eine sache mit blümchen machen schlichtplan internetverträge depots wo war denn das gleich nochmal forschung ersatzteile linien personal ach bauen genau und dann außenbereich 40 kostet so ein baum machen wir mal das leisten wir uns einfach da hätten wir natürlich auch nochmal ein spind oder so hinstellen können ganz klar euch fehlt auch ein stellplatz sag mal ok dann müssen wir nochmal stellplätze bauen hilft ja nix aber gerne in gross passt da nicht hin hier runter und dann mit der straße ne ich möchte eigentlich mit der straße moment ich guck mal schnell hier lang und wenn ich jetzt hier runter switche dann haben wir den platz genau nicht und hier kann ich nicht seht ihr das könnt hier lang dann kriege ich dort vielleicht nochmal einen stellplatz hin ne quer auch nicht es ist ja schon ein kreuz so nimm nochmal weg hm ne ne wir müssen es so machen aber wenn wir es so machen ist hier unten alles verloren wir müssen hier nochmal mit einer straße runter das hilft nix aber dann kriege ich keine grossen stellplätze mehr hin das funktioniert einfach nicht hier sind irgendwie solche löcher dazwischen das ist irgendwie schade dass das so gemacht ist dass man das wirklich nur so bauen kann wie ich es gerade baue seht ihr ich kann hier nicht weiter rüber das heisst wir kriegen hier keinen grossen stellplatz mehr hin und hier komme ich auch nicht weiter rüber ich muss eine schicht zuweisen eigentlich mach das mal nochmal mittel geht auch nicht ok gut aber der stellplatz groß geht und hier geht er auch und hier geht er sowieso wir lassen das mal was wir machen ist die straße nach hier hinten weiter damit wir hier nochmal große stellplätze hinstellen können zwei und jetzt weisen wir mal zu damit die hier alle losdüsen können weil die müssen ja immer noch zu ihrer linie fahren da habt ihr natürlich recht das habt ihr auch mal in die kommentare geschrieben wenn die hier losfahren sind die noch nicht in ihrer schicht drehen sozusagen ja jetzt dünkt es mich aber jetzt geht es langsam mit den bussen ok ja dann verdient jetzt mal einen tag lang wirklich geld es war eine gute entscheidung umzusteigen sehr gut die busse sind zuverlässig und pünktlich freut mich ne moment wo ist da noch einer frei hier nicht hier oben hier auch noch einer jawohl drei stück sind da noch frei ok einer ist noch frei aber da fällt wenigstens nichts aus also soweit sind wir jetzt dass keine schichten mehr ausfallen da bin ich schon mal froh und hier die verspätung ich glaube das hat wirklich auch damit zu tun dass die zu spät zur arbeit kommen sozusagen weil sie zu spät losfahren sehr hier schon zugewiesen jawohl er geht zur arbeit und verdient geld das freut mich dann haben wir hier post servicemitarbeiter ja zufrieden wenn die servicemitarbeiter zufrieden sind bin ich es auch tatsächlich Büro haben wir auch ja lassen wir so laufen aber wir haben nur noch 5000 wir haben natürlich jetzt noch wieder ein bisschen was investiert hier mit Büro etc ja mit den stellplätzen hier mit der Strasse das kostet ein bisschen Geld ja aber anders geht es halt nicht ohne Investition wie sieht es aus könnten wir noch mal Kredit aufnehmen ich rede nur davon ob wir könnten wir könnten noch mal 140, 70, 60, 20 gehen würde es ja hier haben wir Minus gemacht es ist aber auch 5 Uhr morgens also da kann man auch mal Minus haben 10.000 ja das ist natürlich mit dem Gewinn den wir haben ist es schwierig allerdings jetzt eine neue Linie machen wir sehen wir hätten um 6 Uhr morgens hätten wir 3 Busse der hat keine Schicht der hat auch keine das kann aber sein dass da noch was kommt dass wir irgendwie eine kleine Dingens machen ich guck mal vielleicht haben wir ja was neues dazu gekriegt hier neue Linie ne das geht noch nicht das hier geht die Kunsteisbahn und hier Hallen und Freibad Tal allerdings für 9.000 pro Woche muss ich sagen das ist mir fast zu wenig hier noch mal gucken wir machen mit den Linien mehr Gewinn also ist das pro Woche oder ist das gesamt ist wahrscheinlich schon eher gesamt ne gewinnen die letzten 7 Tage eine Woche also mit den beiden Linien machen wir mehr Geld tatsächlich als mit den Auftragslinien die wir angeboten kriegen hm dann würde ich da eher eine neue Linie machen tatsächlich einfach so in Zürich weil die laufen die Dinger naja noch mal gucken wir haben hier so viele Möglichkeiten man sieht sie auch da haben wir was und dann weiter oben hier das ist das andere viel mehr haben wir halt noch nicht und die von die hier unten die fahren natürlich vom Depot dann hier runter das heisst die Verspätung seit ich fast schon vorprogrammiert wenn die zu spät losfahren na gut aber ja jetzt würde ich sagen so halbwegs haben wir es jetzt wieder irgendwie so dass es mir gefällt wir müssen eine neue Linie machen das machen wir morgen da werden wir aber gucken dass wir zuerst wieder ein bisschen Geld haben und dann brauchen wir eine Linie die irgendwie gerne sowas hier abwirft das heisst wir werden im Zentrum was bauen auch wenn wir dort dann 7 Busse brauchen ja machen wir so gut dann darf ich euch fürs Zusehen hoffe ihr euch ein bisschen gefallen ich denke die Kurve haben wir jetzt nochmal gekriegt es war ein bisschen es lag ein bisschen hier im Argen mit den Finanzen aber wir haben es langsam hingekriegt auch wenn wir natürlich daran denken müssen wir müssen die Kredite zurück bezahlen anders wird es nicht gehen gut dann danke ich euch fürs Zusehen hoffe euch ein bisschen gefallen und dann hoffe ich wir sehen uns morgen wieder machts gut bis dann tschüss